Der Putzmann! Der Putzmann! Servus! Moi mal lieben Freunde, euer Messerwixer live aus Saint-Tropez! Schikimikizo muss das sein Minion! Der süße Babyboy! Schwiegermamas Liebchen ist wieder da für euch! Heute probieren wir Rockstar Energy Killer Ginger! Hier könnt ihr euch mal anschauen, wie ihr es durchlesen will. Gesund ist es nicht! Natürlich! 25 Cent, um genau zu sein! 500 Milliliter, sehr gut! Und, ja! Was muss ich dazu sagen? Na dann! Probieren wir mal Minion! Einhändig natürlich wie ein... Ach, wie gesagt, zum Glück bin ich nicht stärker als ein Kriegs, auch wenn ich schätze, aber was soll's. Ähm, ist ja auch die Wix-Sand und da beweihe ich natürlich, dass ich das jetzt trinke damit. Was sagt ihr denn? Ähm, ich hoffe natürlich, dass ich keinen Orgasmus kriege. Ihr könnt ja weiter Natur beurteilen. Natürlich rasiert sie, ist nicht so behaart wie die von Facewall-TV. Nee, Spaß beiseite. Prost! Oh, oh, oh. Bitte kein Orgasmus. Schmeckt! Hier habe ich nochmal die Dose. Und, joa. Ich denke mal, es war relativ episch für euch. Und ich kann es einfach nur weiterempfehlen. Vielleicht schicke ich das sogar wieder Lennart, damit das hoch werden kann. Aber vielleicht seht ihr, dass es auch einfach so wieder hoch, ohne mich zu fragen. Merkt euch, das ist sogar stärker als Ruffy. Piccolo ist heftig, so Goran auch. Und wer White kommt, ihr könnt euch doch mal... Ne, ihr könnt ihre Hand anschauen. Wenn ihr meine Schelle kriegt, dann wisst ihr von welcher Hand. Nee, Spaß beiseite. Ähm, joa. Das wär's eigentlich auch gewesen zum heutigen Tag. Und, joa. Bleibt auf jeden Fall ein richtiger Wichser. Und, ja. Wenn's auf YouTube kommt, abonniert mal Kanko. Ähm, rest in peace Mr. Wichser. Und, ja. Auf welchen Kanal es noch immer kommt, abonniert ihn. Ich bin raus. Bis zum nächsten Mal. Da-da-da!